Alice's Abenteuer im Wunderland Erstes Kapitel Hinunter in den Kaninchenbaum Ungefähr 15 Zoll hoch Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch Und zu ihrer großen Freude passte es Alice schloss die Tür auf und fand Dass sie zu einem kleinen Gange führte Nicht viel größer als ein Mäuseloch Sie kniete nieder Und sah durch den Gang In den reizigsten Garten Den man sich denken kann Wie wünschte sie Aus dem dunklen Korridor zu gelangen Und unter den bunten Blumenbeeten Und kühlen Springbrunnen Umher zu wandern Aber sie konnte kaum den Kopf Durch den Eingang stecken Und wenn auch mein Kopf hindurch ginge Dachte die arme Alice Was würde es nützen? Was würde es nützen? Ohne die Schultern Was würde es nützen? Oh, ich möchte mich Ich möchte mich zusammenschieben können Wie ein Teleskop Das geht ganz gewiss Wenn ich nur wüsste Wie man es anfängt Denn es war kürzlich So viel Merkwürdiges Mit ihr vorgegangen Amen